Willkommen zurück zu Guild Wars. Nachdem wir das Panorama bekommen haben mithilfe. Schauen wir mal weiter nach links unten. Der Wald, der brennt. Naja, viel ist vom Wald auch nicht mehr übrig. So, jetzt haben wir ein Herz, wo auch immer der Herzgeber ist. Muss ich jedes mal gestunt werden, wenn ich die Dinge ausmache. Ist das ätzend. Ja klar, der... Hallo. Hallo. Der Dings ist wichtiger als alles andere. Toll. Wird nicht ein Gegner berührt. Ich bin sehr zufrieden. Trennungsschrein entdeckt. Ich interagiere, aber es passiert nichts. Vielleicht muss ich da rein. Lass mich in eine Trennung schreien. Ich muss aufgetrennt werden. Oder nicht. Dann mache ich wieder diese... Diese Ich-Stunt, die ich töpfe. Die mal Lust haben am Einzelstand und mal nicht. So, gut, dass er mich aus der Agro erreicht weitergekillt. Ach ne. Agro ist der Fall-Agro. Okay. Ach, der hat mich schon auch direkt auf den Kicker. Los. Der ist ein Gegner rausgespuckt. Gut. Nehme ich auch mit. Alles was dazu beiträgt, dieses Herz sofort zu beenden. Hm. Hier liegt ein Toter. Chaos Steppen entdeckt. Hä? Das ist ja geil. Was denn? Ich hab die ganze Zeit hier eine Sehenswürdigkeit gejagt. Die mir auch auf dem Bildschirm angezeigt worden ist. Und da war ich kurz davor, dann ist das weg gewesen. Und hier wurde stattdessen in irgendein Herz angezeigt. Wie wesentlich weiter weg war. Okay. Gebt mir doch einfach mal ein paar Viecher. Gebt mir Viecher. Los. Einfach ein Gegner. Also die richtigen Gegner, nicht diese Würmer hier. Die Würmer zählen doch nicht dazu, oder? Schmerz für Schmerz. Die ist jetzt tot, ne? Zeh ich nicht dazu. Im Gegenteil. Die machen sogar noch mehr Schlamm als ein Dieb ist. Da, Flammelegion Schnell, anschießen, anschießen Toll, zu spät, danke Das hasse ich wieder Also entweder sind die Spawnraten von Gegnern, die man braucht Schnell, zu schnell Oder die sind einfach zu langsam Hier kommen sie auch nur sporadisch raus Hier finde ich nix Ich gehe mal in den Norden von der Trennungsscheibe Wenn ich die wieder finde Achso, ich bin schon im Norden, scheiße Sehen die Feuerlementare Hier, hier ist Feuer Sehen die Feuerlementare auch Du dumm Warum schießt nicht schneller Ich erwarte, dass Das Bogen funktioniert wie eine Schnellfeuer-Trailerie am Brust So weit bin ich ja wahrscheinlich am Story-Event drin Ich gehe mal weg hier Hallo Die Flammelegion hat es uns nie leicht gemacht Aber wir halten uns tapfer Ohne ihre Energiequellen Wegmagic Chaos entdeckt Ist sie jetzt kaum noch eine Bedrohung Bravo Verbrannte Senke entdeckt Ich verzichte mal auf Speer Sprecht Tu ich doch Geh sterben Geh sterben Und zwar sofort Ich habe einen echten Schatten anzurichten So, Heldnerausforderung 6 von 7 Da geht's noch weiter Nee Was für ein Was für ein Gespräch gerade Gut 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 Ich glaube ich gehe lieber jetzt nach oben, nachher bereue ich es, weil ich die eine Wegmarge da nicht habe. Nachher sage ich, warum habe ich den nicht mitgenommen? Jetzt muss ich für den ganzen Weg nach oben laufen. Das erspare ich uns jetzt mal. Toll. Wieso steht da jetzt eine Hygiene? Kann man die Gegner nicht dahin stellen, wo man nicht hinläuft? Das wird doch viel cooler. So dieses MMO-Syndrom, wie Marc Gesell-Bertina entdeckt. So und jetzt machen wir einen Sprung nach oben, nach Hartstein, um dort nämlich nach links zu gehen, also in die Richtung. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt dahin gehe, in den Sprungblickrichtung rechts oder so, ne die Blickrichtung geradeaus. Sollte das nicht schmelzen? Das Licht, da hinten ist noch helles Licht. Ich will ins Licht gehen. Ich will da nicht ins Licht, da sind so viele Gegner. Gehe ich außen rum. Von euch beiden höre ich irgendwie gar nichts mehr. Eissperriff entdeckt. Spürt wie gut. Das ist ein Taktiker-Lyrenz-Experiment. Oh, nö. Keine Granaten. Wegmarke Schneegradlage entdeckt. Von wo ist der Herzgeber überhaupt? Oh scheiß, Hunde, lass mal mit diesem Geheule, es geht mir auf den Sack. So, jetzt reicht es, ist mal sie tot. Scheiß, Wichsviecher, echt. So. Wo holen die rum? Herzgeber ist auch nirgendwo, ist er auch toll. Ach ne, da hinten steht er. Ganz am Arsch der Welt. Muss man sich erstmal durch Elementare kämpfen, damit man zum Herzgeber kommt. Um dort seine Granaten dann abzuholen. Umständlich. Warum testet er den nicht selbst? Ja, gib mir deine Granaten. Ich brauche eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme. Was war noch nicht hier? War noch nicht hier. Warum hab, warum hab ich kein Plustium gekriegt? Mangronel Biwak entdeckt. Hm. Vielleicht in der Höhle was tun, dann steht er direkt daneben. Vielleicht, wenn er sieht, die Schleime töte. Scheint so. Gut, wenigstens kann man die Taste spammen. bisschen- Wenn du siehst, nicht zu. Wie ist das? wenn wer es gibt, dann bin ich zu. Oh. Oh, das ist einfach kaputt. Oh. 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 Stirb, Schleim, stirb. Nicht wegrennen. Hochland schmelzen. Das ist ja geil. Zeit, echten Schaden anzurichten. Fest. Wenn euch das lange dauert, geht es einfach immer wieder mit diesem riesigen Steinschädel, der da ist. Das könnt ihr immer wieder machen. Und es gibt immer wieder Wurz. Hätte ich das mal vorher gewusst. Wegen Magge Eisspär entdeckt. Gibt es zwar nur wenig, aber wie gesagt, Spam-Bong. Blaue Schleime sterben an Explosionen. Dort, fertig. Jetzt brauche ich die Dinge nicht mehr. Seid gegrüßt. Ich möchte euch auf diesem Weg für eure Hilfe danken. Es erstaunt mich immer wieder, wie hilfsbereit völlig Fremde in dunklen Zeiten sein können. Leute wie ihr sind das wahre Salz der Erde. Eure Waffensets waren eine gewaltige Hilfe für mich. Und ich bin sicher, ihr wisst längst, wie wichtig eure Arbeit mit den gestörten Türmen war. Ich bin euch sehr dankbar. Erstens, ich habe meine Waffen nicht benutzt für diese Quest. Zweitens, ich habe seine Granaten benutzt. Nicht meine Waffen. Das war noch zu erstens. Zweitens, welche Türme? Ich weiß nicht, welche Türme er meint. Ich habe die ganze Zeit Schleime mit Granaten beworfen. Das ist der falsche Text zum falschen Quest. Ich möchte die Quest reklamieren. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.